Der Teil und der Teil sind vorbereitet zum bestimmten Asanas, also Stellungen, zum Meister. Am Anfang werden wir die Stellungen nicht direkt schaffen. Wie wild das geht, wird es uns verstehen, wenn wir mehr machen. Irgendwann können wir dann coole Stellungen abschliessen. Bistis! Der Wiesnig kann nur wieder nachmachen, immer aufzuhalten. Jetzt ist die Frage. Wir wollen nicht, wenn wir die Räder sehen können. Wir haben die ersten Runde. Untertitelung des ZDF, 2020